Meine Damen und Herren, die Fans von Loklio, Philipp Belfink sind da. Die Reihe von Lok-Upropos. 27 Flights in der Kubrick für die Fahrt eine Ferrari-Fahrer von Wiener Zugpración und hierzu Aufmen. Tenor! We're at minutes 5. The agency board left the United Nations. Three minutes. Referee assistant. God help you. So dreimal drei Minuten straffes Programm für Jameer Atif, der gerade mal sieben Kämpfer auf dem Buckel hat, fünf Siege, drei beendet er vorzeitig durch, Knockout und da hat Philipp Belting schon eigentlich das Doppelte auf dem Buckel, 15 Kämpfer, zehn Siege, allerdings nur einen Durch-Knockout. Wir haben uns jetzt noch ein Rösschen, eine, zwei Leiter, eine, eine, grüßt. Hier ist der Gründer, wir haben uns jetzt noch ein Rösschen, hier ist der Gründer! Ja! Ja! Vielen Dank. Wird anscheinend der Ringarzt gerufen. Das sieht nach einem bösen Cut aus. Jetzt hat man Cut-Mangici. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Nein, nein, nein. Da wird der Kampf abgebrochen. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Ja, natürlich für Philipp Belting hier. Ja, der Cut, das zieht. Oh ja. Also von hier unten aus würde ich sagen, ja, völlig nachvollziehbar der Abbruch. Auch wenn es mir natürlich für Philipp Belting leid tut. Aber ja, das ist ziemlich blöd. Ja, wie gesagt, sehr schade. Aber gut.